hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal schön dass ihr wieder am start heute möchte ich wieder in den wald eine kleine runde drehen und im anschluss fahr ich dann zu einem kleinen bikepart bei uns doch möchte ich dann ein paar trails runterfahren und auch mitnehmen seid gespannt was euch erwartet los geht's so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier muss ich jetzt dazu sagen, ich kenne diesen Bike nicht, ich bin hier noch nie gefahren, ich kenne die Strecken überhaupt nicht Und ja, es war ziemlich nass und matschig, deswegen bin ich auch etwas langsamer gefahren, weil ich da ein bisschen Angst habe um meinen Vater, auch besser gesagt, ich muss aufs Maul fliegen sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was für ein Mensch. 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 Das war es auch schon wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin macht's gut.